Mein Name ist Juliana Fafalla. Geboren wurde ich als Pascal. Ich war einer der ersten transsexuellen Kandidatinnen bei Germany's Next Topmodel. Hallo Juliana. Rofelkopter möchte von dir wissen, wann hast du gemerkt, dass du kein Junge sein möchtest? Ich habe das schon sehr früh gemerkt, etwa mit vier, fünf Jahren. Ich habe mich schon geschminkt und eben schon Mädchenklamotten angezogen. Das hat mir alles so gefallen und ich habe das geliebt. Ich wollte nicht mit den Jungs-Sachen spielen. Ich habe sogar mir ein Handtuch auf den Kopf gesetzt und bin mit dem Handtuch in den Kindergarten gegangen, weil ich unbedingt lange Haare haben wollte. Ich fand das schön und meine Mom hat mich auch machen lassen. Das fand ich toll. Als ich dann etwa so sieben war und mir klar geworden ist, dass ich eigentlich im falschen Körper geboren bin und ich es meiner Mom gesagt habe, hat sie mir gesagt, dass sie das gespürt hat und gewusst hat. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen und sie hat dann gleich Ärzte aufgesucht, Therapeuten und wir haben die auch alle besucht während meiner Schulzeit. Ich war nicht so oft in der Schule. Ich habe eher mehr Fehltage wie Anwesenheitstage, weil ich halt auch damit beschäftigt war. Meine Umwandlung hat mich einfach so in Anspruch genommen und da hatte ich einfach keinen Kopf für schulische Sachen. Claudia möchte von dir wissen, wurdest du als Kind gemobbt? Als Kind wurde ich wirklich sehr heftig gemobbt. Also es sind Kinder, ich kann es denen jetzt nicht mehr vorwerfen, weil die wissen ja nicht wirklich was sie da anrichten. Ich wurde geschlagen, geschupft, beleidigt. Keiner wollte irgendwie was mit mir zu tun haben, weil ich ja in ihren Augen anders war und ich hatte wenige Freunde. Ich habe sehr oft die Schule gewechselt, weil ich das dort einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil das sehr schlimm war. Ich habe von meiner Mutter jeden Morgen habe ich Geld bekommen für die Mensa und um Freunde zu gewinnen, habe ich das Geld genommen und habe mir eben Freunde erkauft, weil ich ja keine hatte und das war so meine Möglichkeit, so an Freunde zu kommen. Insgeheim wusste ich, die nutzen mich nur aus, aber in dem Moment hat sich das sehr schön angefühlt, weil ich jemanden um mich hatte. Just Carbo fragt sich, was hast du alles machen lassen? Nichts, natürlich. Offensichtlich habe ich meine Nase gemacht und meine Lippen, die sind ein bisschen zu groß geraten, aber ich verspreche, ich mache nichts mehr daran. Ich habe meine Zähne gemacht und meine Brüste und natürlich die ganz große OP. Katharina Heinz fragt sich, was kostet eine Geschlechtsumwandlung? Also meine Geschlechtsumwandlung wurde von der Krankenkasse übernommen. Was es preislich kosten wird, das kann ich mir leider nicht beantworten. Hamburger Hänger fragt sich, was liebst du am Frau sein und was nicht? Ich liebe es, mich zu schminken. Das ist mein Hobby. Ich liebe es. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so nur als Frau machen kannst. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Du kannst ja auch dich als Mann schminken, aber das ist so. Für mich Frau sein lange Haare, Extensions finde ich super. Ich liebe es, mich zu stylen, mich zu verändern, Klamotten zu tragen und natürlich jetzt auch dadurch, dass ich die geschlechtsangleichende Operation habe, ein Bikini anzuziehen und endlich ins Schwimmbad zu können. Vermisst du es, im Stehen zu pinkeln? Nein, ich habe weder davor noch danach im Stehen Pipi gemacht. Ich habe mich immer hingesetzt und ich konnte mich selber auch nie anfassen oder weder nach unten gucken. Das heißt, ich habe mich einfach hingesetzt und dann einfach gemacht und so. Joji fragt sich, auf welche Toilette gehst du? Ganz klar auf die Damen-Toilette. Und haben manche Frauen ein Problem damit? Wieso sollten die ein Problem haben? Ich glaube, mir sieht man das jetzt nicht zu 100% an, dass ich mal ein Mann war, oder? Der Durch-die-Scheibe-Boxer möchte von dir wissen, hast du einen neuen Pass? Ich habe einen neuen Pass. Ich habe sogar eine neue Geburtserkunde. Es ist alles neu, als würde mein anderes Ich, also mein männliches Ich, nie existiert haben. Ich will das Abwehr-Erlebnis fragt sich, wie wurde deine Vagina geformt? Also ich kann es jetzt nicht perfekt erklären, aber die Hoden werden auf jeden Fall entfernt und der Penis wird so nach innen gestolpt. Also so. Frühlingsblume möchte von dir wissen, kannst du ganz normal feucht werden? Ähm, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich habe unten noch nicht so viel Hand angelegt. Drakes Girl fragt sich, kannst du Kinder bekommen? Ich kann leider keine Kinder bekommen, aber darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich würde gerne Kinder adaptieren. Fortnite Skin fragt sich, fühlt sich dein Orgasmus anders an als vorher? Ich kann dir das gar nicht beantworten. Ich habe schon sehr früh Hormone bekommen und Testosteron-Blocker, so heißen die. Und dadurch habe ich keine Erregung, keine Lust und das ist dann eigentlich so wie tot gewesen. Das hat nur noch so gemacht. Hat nichts. Also, nee, habe ich nicht. Jesus Walks fragt sich, wollte mal jemand mit dir schlafen, nur weil du trans bist? Tatsächlich ja. Ich habe immer noch heutzutage auf Instagram Nachrichten und die fragen mich, ob ich noch einen Penis habe und ob ich mit denen schlafen würde für Geld. Und dann muss ich die leider enttäuschen und sage, ich habe keinen Penis und nein, ich würde nicht mit dir für Geld schlafen. Gabriel fragt sich, gab es bei einem One-Night-Stand mal eine böse Überraschung? Ich hatte noch gar keinen One-Night-Stand. Ich hatte weder davor noch danach Sex. Ich kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern. Ich habe mich mit meinem Schwarm gedatet. Und ich habe gehofft an dem Abend, also ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil er noch nicht wusste, was mit mir ist. Der dachte, ich bin ganz normal Frau, habe mich dann mit ihm getroffen. Wir waren essen. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm dann eben gesagt, hör zu, ich muss dir da was sagen. Ich bin Transgender. Und der hat dann erstmal überlegt, so von wegen, was bedeutet das jetzt? So mache ich gerade Spaß oder was ist mit mir? Und dann wurde er ein bisschen, wie soll ich sagen, wütend. Der hat dann mich beleidigt als Duschmuchtel und der hat es einfach sehr böse aufgenommen, was mich sehr, sehr verletzt hat. Und er ist dann wütend auch aus dem Restaurant gegangen. Also für mich hat sich das ganz schlimm angefühlt. Ich wurde auch echt zurückgeworfen und wollte auch erstmal niemanden kennenlernen, niemanden daten, weil so ein Gefühl will ich einfach nicht mehr. Anna Zierhut fragt sich, haben sich Menschen von dir abgewandt? Es konnten sich nicht so wirklich welche von mir abwenden, weil ich damals keine hatte. Ich habe eher Freunde dazu geworden. Montana Speck fragt sich, ist Transe eine Beleidigung für dich? Es ist kein schöner Ausdruck. Ich würde einfach gerne als Frau akzeptiert werden und nicht irgendwie so als, ja so Transe, wenn man das hört, das klingt so böse. Nach dem Club fünf Uhr, bisschen alkoholisiert, ich stehe da, die haben mich erkannt und dann ist so das Standardding, die war doch mal eine Transe und bla bla bla. Aber das stört mich nicht. Das geht da rein, da raus und that's it. Diggi Rita Tai fragt sich, hast du einen Partner oder eine Partnerin? Ich bin Single, aber wenn ich mir einen Partner aussuchen würde, dann wäre es ein Mann. Macht dich das dann homosexuell? Ich bin eine Frau, ich stehe auf Männer, ich bin ganz klar heterosexuell. Luisa 310 fragt sich, wie bist du auf deinen neuen Namen gekommen? Ich habe meine Mama gefragt, was wäre denn mein weiblicher Name gewesen, also mein Mädchenname und sie hat gesagt, dass sie hätte mich Giuliana genannt. Und der Nachname? Das ist auf Italienisch und heißt Schmetterling. Der Schmetterling ist ja eine Raupe und die Raupe ist sozusagen ich als Junge und hat sich dann verändert in einen Schmetterling. Also ist jetzt ganz normal eine Frau. Deswegen der Nachname. Moritz möchte von dir wissen, was ist dein Rat an alle, die sich aus Scham oder Angst noch nicht getraut haben zu outen? Auf jeden Fall braucht ihr eine Bezugsperson. Ich hoffe es ist eure Familie, weil das ist sehr wichtig, dass eure Familie euch unterstützt. Ansonsten natürlich die engsten Freunde und ihr braucht eigentlich keine Angst haben. Seid so wie ihr sein wollt, verstellt euch nicht, Leben und Leben lassen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, klickt hier. Und wenn ihr wissen wollt, was Drag Queen Gypsy zu erzählen hat, dann klickt hier.